so wieder da oh man hier ist die verbindung echt katastrophe ja und habt ihr jetzt überlegt jetzt war ich da kurz weg gewesen jetzt konnte ich da kurz überlegen was hinter mir ist soll ich auflösen soll ich schnell auflösen bevor internet wieder weg ist das ist die berliner mauer meine freunde der rest von der von der krassen berliner mauer müsste wenn er nicht wisst was die berliner mauer ist dann müsst ihr googeln krass so und jetzt jetzt kann man kurz die kamera umdrehen jetzt gehen wir ans wasser an ich hoffe wir haben jetzt noch ein bisschen verbindung weil das ziel war ja an die spree warschauer straße an die spree so aber hier ist gerade gar nichts los und hier sind eigentlich auch sand skulpturen gewesen aber auch ein bisschen ist hier los okay ein bisschen haben wir hier ins wasser genau ins wasser so meine freunde das ist eine hitze jetzt jetzt braucht es jetzt muss das handy noch mal richtig rein rein schwitzen so wir haben das wir haben das ziel erreicht leute noch mal applaus in den chat jetzt sind wir genau da jetzt sind wir genau da jetzt sind wir am ziel am ziel angelangt so für den clip meine freunde wir haben es wir haben es geschafft nach wie viele stunden ich sehe es jetzt gerade gar nicht nach zwei stunden 38 minuten sind wir an der spree warschauer straße ja mann hinter uns hat schöne wasser applaus aber hier ich dachte eigentlich dass am wasser das am wasser das nicht so heiß ist dass wir ein bisschen luft ist aber hier ist ja wirklich hot 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 und keine keine schatten nicht schatten meine freunde soll ich das klippen oder machst du ja das brauchst jetzt nicht das ist das ist mein clip so von dass das das ziel ist immer so mein clip alles gut das brauchst jetzt nicht klippen das mache ich dann schon so aber ich würde sagen hier ist eine kleine bar ich würde sagen wir machen jetzt auch gar nicht mehr so lange mein handy ist glaube ich schon übelst beansprucht erst recht hier bei der hitze bei 40 grad und wir werden jetzt jetzt gleich hier den stream beenden meine freunde ok war heute auch gut live drei stunden aber jetzt hier haben wir keinen schatten doch das ist ein sonnenschirm aber ja du mir jetzt abgeben die ich habe kein geld ich habe kein geld wie kann man auch brot mieten hier ist eine bar im hintergrund aber wir haben ja keinen schatten ich muss mal kurz gucken dass wir hier raus kommen wir gehen mal kurz hinter die berliner mauer in den schatten ja wir sind am ziel angelangt ich bleib jetzt nicht lange hier am ding am wasser weil erstens nicht wegen mir sondern wegen die gute technik weil die technik spinnt glaube ich schon ein bisschen wir müssen jetzt hier hoch und dann werden wir den stream auch gleich beenden wir sind wir sind wir sind wir sind wir sind